Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Freunde, seid alle ganz herzlich gegrüßt zu diesem neuen Video. Ich möchte heute mit euch zusammen versuchen, auch die letzten Zweifel, die euer und unser Glaubensleben mit Jesus einschränken können, zu überwinden. Dazu eine Bibelstelle, Markus 9, Vers 24. Zugleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was wir unbedingt brauchen, ist die gesegnete Gewissheit in unserem Herzen, dass wir zu Jesus hin entrückt werden. Ich habe persönlich immer wieder Zweifel gehabt in meinen ersten Glaubensjahren, ob ich wirklich bekehrt und im Heiligen Geist getauft bin. Das war meine ganz persönliche Unsicherheit, vermutlich, weil ich vaterlos aufgewachsen bin. Aber durch die zunehmend wahrgenommene Liebe meines himmlischen Vaters wurde meine Sicherheit, wirklich ein Gotteskind zu sein, immer größer und seit einigen Jahren glaube ich felsenfest an meine ewige Rettung. Trotzdem weiß ich, dass etliche Christen sich nicht sicher sind, ob sie wirklich gerettet sind und mit den anderen Gläubigen zu Jesus hin entrückt werden. Es sind ganz tief sitzende Zweifel einer mangelnden Zugehörigkeit zu Jesus und zum Reich Gottes. Sie nagen an unserer Seele und vertreiben alle positiven Gefühle und Gedanken. Sie können mit unterschiedlichen Sünden zusammenhängen, auch mit Sünden der Eltern und Großeltern. Bis in die vierte Generation, so die Bibel, haben Sünden Einfluss auf unser Leben. Ziel dieses Videos ist es, alle Zweifel zu vertreiben und durch bleibende Sicherheit zu ersetzen. Dass du bei der Entrückung auch wirklich dabei bist. Niemand, der dieses Video sieht, soll zurückbleiben. Aber wie schon gesagt, längst nicht jeder leidet unter Zweifeln, was sein Glauben an Jesus Christus angeht. Doch in die Entrückung kommen nur die wahren Gotteskinder, die durch Bekehrung, Taufe und Wiedergeburt, also die Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangen haben und in der lebenslangen Nachfolge Jesu Christi stehen. Ich bete für euch alle, dass ihr bei der Entrückung in den Himmel zu Jesus mit dabei seid. Ich bin sicher, Gottes Heiliger Geist hat dich gerufen, gerade diesen Videoclip anzuschauen, um sicherzustellen, dass du bei der Entrückung dabei bist. Gott wünscht sich so sehr, dass alle gerettet werden. Lesen wir einen Bibeltext 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es ist also ein Akt des Gehorsams, diese Prüfung vorzunehmen, eben weil Gott nicht will, dass du verloren gehst. Ein weiterer Bibeltext, Philippa 2, Vers 12. Daher meine Geliebten, sagt Paulus, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Was also bleibt für dich zu tun? Prüfe als erstes, ob du Jesus vertraust, dass er dir gerade jetzt Sicherheit geben will, dass du gerettet bist. Prüfe als nächstes, ob du totalen Frieden hast bei dem Gedanken, dass du wirklich gerettet bist für Zeit und Ewigkeit. Was wäre, wenn der großartige Ruf Jesu, das Signal zu ihm zu kommen, gerade jetzt passieren würde? Bist du dir jetzt ganz sicher, dass du dabei bist? Wenn du überlegst und dann bejahst, dass du gläubig bist, dann hast du diesen Test bestanden. Wenn du ein ungutes Gefühl im Magen hast und übermäßige Trockenheit im Mund und Angst hochkommst und das bleibt so, dann hast du diesen Test nicht bestanden. Im Innersten deines Herzens muss Frieden herrschen. Ich glaubte in meinem Kopf irgendwie, dass es Gott gibt. Ich wurde in einem katholischen Haus erzogen und wir beteten gelegentlich. Wir gingen an hohen Feiertagen in den Gottesdienst. Ich suchte nach der Wirklichkeit Gottes in meinem Leben und fand ihn erst mit 43 Jahren, als der Leiter eines Lehrgangs anfing, von Jesus zu erzählen. Ich erlebte in diesem Moment die Gegenwart Jesu Christi. Mir war jetzt klar, dass ich die lang ersehnte Wirklichkeit Gottes gefunden hatte. Ich entschied mich, Jesus nachzufolgen und tat es mit ganzem Herzen. Mich schreckten Bibelstellen wie Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen Geweis sagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich hatte Buße über meine Sünden getan. Ich empfing die Erwachsenentaufe. Doch es gab Augenblicke, in denen ich an meiner Rettung zweifelte. Ich lernte viel aus der Bibel, auch wenn ich längst nicht alles verstand. Ich machte eine theologische Ausbildung, on the job, wurde zum Pastor ordiniert und gründete Gemeinden in Deutschland und anderswo. Ich missionierte an vielen Orten in der Welt und taufte viele frisch bekehrte Männer und Frauen. Ich war Teil der aufregendsten Erweckungszeit der Jesus-People-Erweckung, die von 1967 bis 1997 dauerte und ich erlebte viele Zeichen und Wunder. Trotzdem gab es Augenblicke, in denen ich mir meiner Errettung nicht sicher war. Erst als ich 1998 den Vater im Himmel bewusst kennenlernte, kam nach und nach die ersehnte Sicherheit in mein Glaubensleben hinein. Lesen wir Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Jetzt, wo ich auch noch den vergessenen Vater bewusst in meinem Herzen hatte, jetzt war ich meines Glaubens an Jesus ganz sicher. Noch ein Bibeltext, 2. Korinther 13, Vers 5. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Was also suchst du? Geistliche Höhenflüge oder Gott selbst? Geistliche Gaben oder den Geber der Gaben? Vertraust du Gott auch dann, wenn deine Gebete noch nicht erhört wurde? Suchst du nach Selbstbestätigung oder suchst du deine Identität in Jesus allein? Beklagst du dich, wenn es mal nicht so gut läuft? Gehorchst du Gott, um Strafen zu vermeiden oder um Jesus Freude zu machen? Freust du dich, freust du dich auf den Himmel oder freust du dich auf Jesus? Und noch einmal, es geht nicht darum, was du alles getan hast. Es geht allein darum, was Jesus getan hat. Das nämlich ist Errettung. Ruhe dich aus in dem, was Jesus für dich getan hat. Amen. Bei einigen von euch ist es notwendig, das Ich-meiner-Mir zu vergessen und wirklich zu Jesus zu kommen. Er hilft dir. Zum Schluss noch zwei Gründe, die oft vorkommen, warum Errettung nicht durchbricht. Grund Nummer eins, wir sind nichtgläubig. Grund Nummer zwei, unsere Waffenrüstung ist löcherig. Wenn eins zutrifft, gib dein Leben sofort, Jesus Christus, bekehre dich. Wenn Nummer zwei zutrifft, lege die Waffenrüstung Gottes sofort an. Schau dir den Video über die Waffenrüstung Gottes vom 01.04.2019 unbedingt an. Jetzt möchte ich mich von euch ganz herzlich und dankbar verabschieden für die schöne gemeinsame Zeit und euch segnen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020